Hoppid, ich bin Fabian Hutter und ich bin zusammen mit Merti am 3. März im Kantonsrat. Wenn ihr uns dabei unterstützt, heben wir den so richtig ab. Ich bin 35, wohne im Diepelzoo und bin Scrum Master bei Leica Geosystems in Herbruck. Ich habe Partnerin die Jelena und einen kleinen 18 Monate alten Sohn, den Diego. Meine Hobbys sind Musik, Tennis, Badminton und ich lese auch ab und zu zwischendurch ein gutes Buch. Meine politischen Schwerpunkte wären die erneuerbare Energie, den öffentlichen Verkehr und die Digitalisierung, die man weiter vorantreiben sollte. Wenn ihr am 3. Wert zu wählen geht, werft euch die Liste von Merti ein. Eine gute Wahl für den Kanton St. Gallen und für unsere Zukunft.